Gegen halb zehn in jener Nacht wurden Tom und Sid wie üblich zu Bett geschickt. Sie sagten ihre Gebete auf und Sid war bald eingeschlafen. Nur Tom lag wach und wartete ungeduldig. Als es ihm so vorkam, als ob gleich schon wieder der Tag anbrechen müsste, hörte er die Uhr zehn schlagen. Es war zum Verzweifeln. Er hätte sich am liebsten hin und her gewälzt, so nervös war er, aber er fürchtete Sid aufzuwecken. Also lag er still da und starrte hinauf in die Dunkelheit. Alles war trostlos leise. Nach und nach machten sich in der Stille kleine, kaum hörbare Geräusche bemerkbar. Das Ticken der Uhr war zu hören, alte Holzbalken knarzten geheimnisvoll, die Treppe knarrte leise. Offenbar waren Geister unterwegs. Aus Tante Pollis Zimmer war regelmäßiges gedämpftes Schnarchen zu hören. Dann setzte das ermüdende Zirpen einer Grille ein, die man beim besten Willen nicht finden konnte. Dann ließ das entsetzliche Ticken einer Totenuhr in der Wand am Kopfende des Betts Tom vor Angst schlottern. Das Klopfen verhieß, dass die Tage eines Menschen gezählt waren. Das weit entfernte Jaulen eines Hundes tönte durch die Nacht und wurde in noch weiterer Entfernung von einem leiseren Jaulen beantwortet. Tom litt Höllenqualen. Schließlich war er sich sicher, dass die Zeit aufgehört hatte zu verrinnen und es nun Ewigkeit war. Er nickte gegen seinen Willen ein. Die Uhr schlug elf, aber er hörte es nicht. Und dann mischte sich ein zutiefst traurig klingendes Katzengejammer in seine unklaren Träume. Das Quietschen, als ein Nachbarfenster geöffnet wurde, schreckte ihn auf. Von dem Ruf »Wärmtes Kerzenvieh, du Teufel« und dem Krachen einer leeren Flasche gegen die rückwärtige Wand von Tante Pollys Holzschuppen wurde Tom vollends wach. Und eine Minute später hatte er sich angekleidet, war zum Fenster hinaus und kroch auf allen Vieren über das Dach des Seitenflügels. Dabei miaute er ein- oder zweimal leise, sprang auf das Dach des Holzschuppens und von dort zu Boden. Huckleberry Finn war da mit seiner toten Katze. Die Jungen zogen los und verschwanden in der Dunkelheit. Eine halbe Stunde später strichen sie durch das hohe Gras des Friedhofs. Es handelte sich dabei um einen Friedhof nach der altmodischen Art des Mittelwestens. Der Friedhof lag auf einem Hügel etwa anderthalb Meilen vor der Stadt. Er war von einem wackeligen Zaun umgeben, der sich an manchen Stellen nach innen neigte und an anderen nach außen, aber nirgendwo aufrecht stand. Das gesamte Gelände war von Gras und Unkraut überwuchert. All die alten Gräber waren eingefallen. Grabsteine gab es keine. Abgerundete, wurmstichige Bretter schwankten auf den Gräbern, als ob sie nach Halt suchten, aber keinen fanden. Dem Gedenken von so und so geweiht war einst auf sie gemalt worden, doch konnte man das auf den meisten von ihnen nicht mehr entziffern, selbst wenn es Tag gewesen wäre. Ein leichter Wind stöhnte durch die Bäume und Tom fürchtete, es könnte sich um die Geister der Toten handeln, die sich über die Störung beklagten. Die Jungen redeten nicht viel und wenn, dann nur ganz leise, denn die Uhrzeit und der Ort, die alles durchdringende Feierlichkeit und die Stille drückten ihnen aufs Gemüt. Sie fanden den glatten, frischen Grabhügel, nach dem sie gesucht hatten, und versteckten sich im Schutz dreier großer Ulmen, die ein paar Meter von dem Grab entfernt standen. Dann warteten sie schweigend eine Zeit, wie sie fanden. Der entfernte Ruf einer Eule war das einzige Geräusch, das die Totenruhe störte. Toms Gedanken wurden immer düsterer. Er musste sich unterhalten, also flüsterte er, »Hey, Huck, glaubst du, den Toten gefällt es, dass wir hier sind?« Huckleberry Finn flüsterte zurück, »Ich weiß nicht. Ist ganz schön feierlich, nicht? Kannste laut sagen,« meinte Tom. Es gab eine längere Pause und die Jungen dachten darüber nach. Dann flüsterte Tom, »Sag mal, Hucky, glaubst du, dass House Williams uns reden hört?« »Klar tut er das, seine Seele wenigstens.« Tom, nach einer Weile, »Hätte ich bloß Mr. Williams gesagt, aber ich hab's nicht böse gemeint. Alle nennen ihn doch House.« »Kann man gar nicht vorsichtig genug sein, wie man über Tote redet, Tom.« Das wirkte wie ein Dämpfer und die Unterhaltung erstarb wieder. Schließlich packte Tom den Arm seines Gefährten und sagte, »Ssch, was ist denn, Tom?« Und die beiden hingen mit klopfenden Herzen aneinander. »Ssch, schon wieder. Hast du das nicht gehört?« »Ich?« »Da, jetzt. Hörst du's?« »Himmel, Tom, sie kommen. Sie kommen wirklich. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Glaubst du, die sehen uns?« »Oh, Tom, die können im Dunkeln genauso gut sehen wie eine Katze. Wenn ich doch bloß nicht hierher gekommen wäre.« »Ach, hab keine Angst. Ich glaub nicht, dass die uns was wollen. Wir tun doch nichts Schlimmes. Wenn wir ganz still sind, bemerken sie uns vielleicht gar nicht. Ich versuch's, Tom. Aber verdammt nochmal, ich zitter am ganzen Leib. Hör mal!« Die Jungen steckten die Köpfe zusammen und wagten kaum zu atmen. Ein gedämpftes Geräusch von Stimmen wehte vom anderen Ende des Friedhofs zu ihnen herüber. »Hey, schau mal da!« sagte Tom. »Was ist denn das? Ein Irrlicht?« »Oh, Tom, es ist schrecklich!« Ein paar undeutliche Gestalten kamen durch die Dunkelheit auf sie zu und schwangen eine altmodische Blechlaterne, deren Schein den Boden mit unzähligen kleinen Lichtflecken übersähte. Schließlich flüsterte Huckleberry Finn schlotternd vor Angst. »Das sind bestimmt die Teufel. Gleich drei.« »Oh, Himmel, Tom, wir sind fällig.« »Kannst du beten?« »Ich versuch's. Aber ich hab keine Angst. Die tun uns nichts.« »Müde bin ich. Geh zur Ruhe.« »Scht!« »Was ist denn, Huck?« »Das sind Menschen.« »Einer von ihnen jedenfalls.« »Das ist die Stimme vom alten Muff Potter.« »Nee.« »Echt?« »Doch, die kenn ich.« »Rühr dich ja nicht.« »Der ist nicht klug genug, um uns zu bemerken. Wahrscheinlich besoffen, wie immer. So ein blöder alter Nichtsnutz.« »Schon gut, ich bin ja still.« »Jetzt wissen sie nicht weiter.« »Die können's nicht finden.« »Jetzt kommen sie wieder näher.« »Oh, jetzt wird's aber heiß.« »Oh, jetzt wieder kalt. Wieder heiß.« »Oh, jetzt haben sie's gefunden.« »Hör mal, Huck.« »Ich kenne eine von den anderen Stimmen.« »Das ist Indianermann.« »Ja, Joe.« »Stimmt, das mordgierige Altblut. Teufel wär mir lieber, aber bei weitem. Was haben die bloß vor?« Das Flüstern erstarb ganz, denn die drei Männer hatten das Grab erreicht und standen nun ein paar Meter vom Versteck der Jungen entfernt. »Da ist es!«, sagte eine dritte Stimme. »Dieser Mann hielt die Laterne in die Höhe, sodass das Gesicht des jungen Dr. Robinson erkennbar wurde.« »Potter und Indianer Joe schleppten eine Trage mit einem Seil und ein paar Schaufeln dazu.« Sie warfen die Last ab und machten sich daran, das Grab zu öffnen. Der Doktor stellte die Laterne ans Kopfende des Grabs und setzte sich dann, den Rücken an eine Ulme gelehnt, davor hin. Er war so nahe, dass die Jungen ihn hätten berühren können. »Beeilt euch, Männer!«, sagte er mit leiser Stimme. »Jeden Augenblick kann der Mond rauskommen!«, Die beiden anderen brummten nur und gruben weiter. Eine Weile war nichts weiter zu hören als das knirschende Geräusch der Spaten, wenn die beiden eine Ladung Erde und Kies von sich warfen. Es war sehr eintönig. Schließlich stieß ein Spaten mit einem dumpfen, hölzernen Ton auf den Sarg, und nach ein paar Minuten hatten die Männer ihn auf die Erde gewuchtet. Sie stemmten den Sargdeckel mit den Schaufeln auf, holten die Leiche heraus und warfen sie grob auf den Boden. Der Mond tauchte hinter den Wolken auf und beschien deren totenblasses Gesicht. Die Trage wurde vorbereitet, die Leiche darauf gelegt, mit einer Decke verhüllt und mit dem Seil festgebunden. Potter zog ein großes Springmesser aus der Tasche, schnitt das lose Ende des Seils ab und sagte dann, »Wir sind soweit mit der formaledeiten Leiche, Knochenklempner. Und jetzt rückst du besser noch einen Fünfer raus, sonst bleibt sie hier.« »Genau«, sagte Indianer Joe. »Also hört mal, was soll das heißen?«, sagte der Doktor. »Ihr habt euer Geld im Voraus verlangt und ich hab's euch bezahlt.« »Ja, du hast noch mehr als das getan«, sagte Indianer Joe und näherte sich dem Arzt, der aufgestanden war. »Vor fünf Jahren hast du mich mitten in der Nacht aus der Küche deines Vaters gejagt, als ich um was zu essen gebettelt hab. Und du hast gesagt, ich würde nichts Gutes im Schilde führen. Und als ich geschworen habe, mit dir abzurechnen, und wenn es hundert Jahre dauert, hat dein Vater mich wegen Landstreicherei einsperren lassen. Hast du geglaubt, ich vergesse das? Ich hab nicht umsonst Indianerblut in mir. Und jetzt hab ich dich. Und jetzt musst du bezahlen. Das weißt du.« Dabei drohte er dem Arzt, indem er ihm die Faust unter die Nase hielt. Der Doktor schlug plötzlich zu und streckte den Schurken zu Boden. Potter ließ das Messer fallen und rief, »Hey, du! Schlag meinen Kumpel nicht!« Im nächsten Augenblick hatte er sich auf den Doktor gestürzt und die beiden rangen aus Leibeskräften miteinander, zertrampelten das Grab und gruben ihre Absätze in den Boden. Indianer Joe sprang auf, seine Augen glühten vor Wut. Er griff sich Potters Messer, kroch geschmeidig wie eine Katze von übergebeugt um die beiden Kämpfenden herum und wartete auf seine Gelegenheit. Plötzlich machte sich der Doktor los, riss die schwere Grabtafel aus Williams Grab und streckte Potter damit nieder. Und im selben Augenblick nutzte das Halbblut die Gelegenheit und stieß dem jungen Mann das Messer bis zum Griff in die Brust. Der Doktor taumelte, stürzte halb auf Potter und durchtränkte ihn mit seinem Blut. Und im selben Augenblick verdunkelten die Wolken die fürchterliche Szene und die beiden zu Tode erschrockenen Jungen flohen in die Dunkelheit hinaus. Als der Mond schließlich wieder hervorkam, stand Indianer Joe über den beiden Gestalten und betrachtete sie. Der Doktor murmelte unverständlich, keuchte noch ein paar Mal schwer und war dann still. Das Halbblut murmelte, »Die Rechnung ist beglichen. Verdammt sollst du sein!« Dann raubte er den Leichnam aus. Danach drückte er das todbringende Messer in Potters offene rechte Hand und setzte sich auf den aufgebrochenen Sarg. Es vergingen drei, vier, fünf Minuten. Dann rührte sich Potter und stöhnte. Seine Hand schloss sich um das Messer. Er hob es auf, besah es sich und ließ es schordern fallen. Dann setzte er sich auf und schob die Leiche von sich, betrachtete sie und sah sich dann verwirrt um. Sein Blick traf auf Joe. »Verdammt, was ist denn passiert, Joe?« sagte Potter. »Das ist eine üble Sache,« sagte Joe ungerührt. »Warum hast du das nur gemacht?« »Ich? Ich war das nicht. Schau doch hin! Dein Gerede wird dir da nicht helfen!« Potter zitterte und wurde ganz bleich. »Ich dachte, ich wäre nüchtern. Ich hatte gar nicht vor, heute Nacht was zu trinken. Aber ich spüre es noch im Kopf. Schlimmer als vorher, als wir hergekommen sind. Ich bin ganz durcheinander. Ich kann mich gar nicht erinnern. Sag mal, Joe. Mal ehrlich, alter Kumpel. War ich das? Joe, ich wollte doch nicht. Bei meiner Seele und Ehre, Joe. Ich habe das nicht gewollt. Sag mir, wie das passiert ist, Joe. »Das ist furchtbar. Er war doch noch so jung und hatte so viel vor.« »Na ja, ihr zwei habt gerauft. Und er hat dir eins mit der Grabtafel übergezogen. Und da bist du umgefallen. Und dann bist du aufgestanden, bist gewankt und getaumelt, hast dir das Messer geschnappt und ist ihm in den Leib gestoßen, als er dir gerade wieder einen überzog. Und dann hast du da gelegen, tot wie ein Holzklotz, bis gerade eben.« »Ich habe nicht gewusst, was ich da tat. Ich möchte auf der Stelle tot umfallen, wenn ich es wüsste. Das kommt alles nur vom Whisky und von der Aufregung. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keine Waffe benutzt, Joe. »Gekämpft, ja, aber nie mit Waffen. Das sagen alle.« »Joe, Joe, verrat mich nicht, ja? Sag, dass du mich nicht verrätst. Joe, du bist mein Kumpel. Ich habe dich immer gemocht, Joe, und ich bin für dich eingestanden. Weißt du nicht mehr? Du sagst doch nichts, Joe, oder?« Und der arme Kerl sank vor dem Mörder, der keine Mine verzog, auf die Knie und faltete flehend die Hände. »Nein, du bist immer offen und ehrlich zu mir gewesen, macht Potter. Ich werde dich nicht verraten. Also, mehr kannst du wirklich nicht verlangen. Ach, Joe, du bist ein Engel. Dafür werde ich dir mein Lebtag dankbar sein.« Und Potter fing an zu schluchzen. »Na, komm schon, Schluss damit. Jetzt ist nicht die Zeit zum Heulen. Du verschwindest in die Richtung und ich gehe in die andere. Los, verschwinde und hinterlasse ja keine Spuren.« Potter trottete davon und fing bald an zu rennen. Das Halbblut stand da und sah ihm nach. Er murmelte, »Wenn er wirklich vom Schlag so verwirrt und vom Ruhm so benebelt ist, wie es den Anschein hat, dann denkt er erst an das Messer, wenn er schon so weit gelaufen ist, dass er Angst hat, allein hier zurückzukehren.« Dieser Feigling. Zwei, drei Minuten später sah nur noch der Mond den ermordeten Mann, den in die Decke gehüllten Leichnam, den deckellosen Sarg und das offene Grab. Und auch die Stille war wieder undurchdringlich.